Vis-a-vis, heute im Gespräch. Philipp Müller, Unerhörtes aus dem Alltag eines Grundschullehrers, heißt es im Untertitel Ihres Buches. Sie sind aber gar kein Grundschullehrer, oder? Nein, ich bin Quereinsteiger, ich war Quereinsteiger. Ich bin Diplom-Pädagoge mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung und habe einen Quereinstieg in den Bereich des Grundschullehrers gewagt. Und zwar über den Umweg des Assistenz der Schulleitung, einen Job, den es eigentlich gar nicht gibt. Und nachdem ich das zwei, drei Monate gemacht hatte, fragte mich die Schulleitung, Mensch, Herr Möller, Sie können doch rechnen, so nach dem Motto, wollen Sie nicht bei uns Mathelehrer werden? Ich hatte mich lange genug dagegen verwehrt, in die Fußstapfen meiner Eltern zu treten, die beide Lehrer sind. Aber habe dann das Angebot tatsächlich doch angenommen und bin von null auf hundert zum Mathelehrer erklärt worden, ja. Und Sie waren dann tätig als Aushilfslehrer über zwei Jahre an verschiedenen Berliner Grundschulen. Diese Erfahrung, die Sie in diesen zweieinhalb Jahren gemacht haben, war Antrieb und Grundlage zugleich für Ihr Buch. Was hat Sie denn so unerhört empört? Letztlich ist es die Mischung aus dem Zustand des Schulgebäudes, aus der Verfassung der Kolleginnen und Kollegen und der Schulleitung und natürlich aus dem Verhalten und der Schulleistung der Kinder. Das war so dieses Karussell aus allem, bei dem mir wirklich schlecht geworden ist. Also das Verhalten der Kinder hat mich insofern erschreckt, muss man wirklich sagen, als dass die vollkommen distanzlos auf mich zugegangen sind, dass sie sich im Unterricht benommen haben wie die Axt im Walde, um das mal zu deutsch zu sagen, und mit ihren Schulleistungen wirklich zwei bis drei Schuljahre teilweise hinterher waren. Und die Kombination, die hat mich wirklich stutzen lassen. Ein bisschen verwundert mich das, weil Sie sind zwar ein nicht ausgebildeter Lehrer, aber Sie haben ja gesagt, erstens kommen Sie aus einem Lehrerhaushalt, zweitens haben Sie auch Erziehungswissenschaften studiert, also Sie sind Diplompädagoge. Wie sind Sie denn da in diesen Schulalltag, in den Sie da nun reingeraten sind als Aushilfs, wie haben Sie sich da vorbereitet? Also was haben Sie erwartet, was da auf Sie zukommt, dass Sie so fassungslos waren? Ich habe die Kinder ja schon im Rahmen meiner Tätigkeit als Assistent der Schulleitung mitbekommen, habe dort die Hausaufgabenhilfe mitgestaltet, war also schon vorbereitet auf das Verhalten der Kinder, aber dieser Moment, als Lehrer die Tür zu öffnen, hinter sich zu schließen und zu wissen, ich stehe jetzt 45 Minuten allein verantwortlich als Lehrer ohne jegliche Erfahrung vor 25, 27, 28 Kindern und muss es nicht nur schaffen, hier Ruhe reinzubringen, sondern dann auch noch in dem Fall mathematische Inhalte zu vermitteln. Das war mir neu und das hat mich extrem viel Energie gekostet. Vorbereitet habe ich mich natürlich über die Mathebücher. Ich wusste also von der Kollegin, die vorher dort unterrichtet hat, auf welcher Seite die sind. Ich wusste, welche Aufgaben zu erledigen sind. Ich habe mich darauf vorbereitet, in welchem Leistungsstand die Kinder sein müssen. Aber ich war natürlich erschrocken davon, dass sie weit hinterher hinken und war dann natürlich auch erschrocken davon, wie sehr diese Situation, die ich dort vorgefunden habe, eigentlich sich überhaupt nicht mehr als Unterricht bezeichnen lässt, sondern als 45 Minuten Chaos, in denen ich mit einer Art der frontalpädagogischen Dampfmaschine dafür sorgen muss, dass da überhaupt mal Ruhe herrscht. Sie haben ja jetzt mehrere Schulen sozusagen besucht, auch wenn es in dem Buch jetzt etwas anders formuliert ist. War das überall so? Sind Sie überall da so ins kalte Wasser geschmissen worden oder anders gefragt? Es gibt ja mittlerweile auch Schulen, da arbeiten die Lehrer in Teams, also sind gar nicht unbedingt alleine. Haben Sie das jetzt gar nicht erlebt? Ich habe schon auch Teamarbeit erlebt. Ich habe sehr, sehr engagierte Kollegen erlebt. Aber natürlich wird man als Vertretungslehrer in die Klassen gesteckt, in denen Dauerkrankheit herrscht. Und das sind dann in der Regel eben auch die Klassen, die schwieriger sind als andere. Und somit habe ich natürlich auch eher den schwierigen Teil mitbekommen. Sie sagen schwierig. Schwierig heißt Schüler, die nicht zuhören können, Schüler, die den Wissensstand nicht haben oder Schüler, die respektlos sind. Was genau heißt schwierig oder alles zusammen? Schwierig ist vor allen Dingen die Kombination aus allem zusammen. Schwierig ist die Kombination aus dem Sozialverhalten der Kinder, aus dem Mangel an Empathie, den sie untereinander haben, aus dem Mobbing, aus den Beleidigungen, aus den tätlichen Übergriffen. Das in Kombination mit einer Aufmerksamkeitsspanne, die sich im Bereich von wenigen Sekunden bewegt. Und das in Kombination mit kognitiven Leistungen, sprachlichen Leistungen, die stellenweise eben zwei bis drei Klassen hinterher hinken. Und die Kombination aus all dem hat es mir eigentlich unmöglich gemacht, das durchzuführen, was man Unterricht nennen könnte. Was glauben Sie, woran das liegt? Diese Schüler, die Sie unterrichtet haben, das waren ja keine Erstklässler, also die das erste Mal überhaupt Schule erlebt haben, sondern das waren, so haben Sie es jedenfalls geschildert, Viertklässler, Fünftklässler. Das heißt, die haben ja durchaus Unterricht gehabt, haben Lehrer erlebt. Lehrer auch, die ihnen sicherlich versucht haben, was beizubringen. Trotzdem schildern Sie die Situation manchmal so, als hätten die Schüler noch nie irgendwelche grundlegenden Dinge, wie man sich zu verhalten hat beispielsweise, gehört. Ist da nichts passiert vorher oder konnte da nichts passieren? Oder können die Lehrer sich da überhaupt nicht bemerkbar machen, woran liegt das? Sicherlich sind es die Lehrer, die ihren Teil dazu beitragen. Aber ich habe ein sehr, sehr großes Verständnis für meine Kolleginnen und Kollegen entwickelt im Laufe der Zeit, die es mit einer Schülerschaft zu tun hatte, die zum größten Teil aus eben sehr bildungsfernen Verhältnissen stammten, die offensichtlich auch von zu Hause wenig Verhaltensregeln mit auf den Weg bekommen haben. Und man kann von einem Lehrer eigentlich nicht erwarten, dass er den Job des Erziehers, teilweise den Job der Eltern und eben des Wissensvermittlers und des Psychologen und so weiter alles auf einmal macht. Nun weiß man, dass diese Kinder eben oft aus schwierigen Familien kommen. Muss sich Schule da nicht vielleicht auch verändern? Muss sich da nicht vielleicht auch mehr in die Richtung entwickeln? Ich sage mal ein Beispiel Computer. Ein Dreijähriger, selbst ausbildungsferner Familie kann intuitiv so ein Tablet bedienen. Ein Lehrer kann das noch lange nicht, selbst wenn er schon 50 ist. Also muss da nicht auch von dieser Seite aus mehr passieren, um die Kinder, in welchen Familien auch immer sie groß werden, besser ausbilden zu können? Ja, Schule muss im 21. Jahrhundert dieser Gesellschaft ankommen. Das ist sie nicht. Wir haben es hier mit einem Schulsystem zu tun, was aus einer vollkommen anderen Zeit stammt und in einer anderen Zeit vielleicht auch mal funktioniert hat. Heute tut es das nicht mehr. Wir müssen die Klassengrößen unbedingt verkleinern. Wir müssen Kinder dort abholen, wo sie stehen. Und wir müssen ein größeres Augenmerk auf das sogenannte soziale Lernen legen. Wir müssen uns ein Stück weit abwenden von der reinen Wissensvermittlung und müssen in neuen pädagogischen Konzepten dafür sorgen, dass Kinder das lernen, was sie auf der Schule lernen sollen, nämlich leben. Und das leistet unser Schulsystem nicht. So jedenfalls die Erfahrung, die Sie gemacht haben, die auch von vielen Leserreaktionen bestätigt wird. Ihr Buch ist innerhalb kürzester Zeit ganz oben angekommen in den Bestsellerlisten. Was wünschen Sie sich, wer sollte dieses Buch lesen? Ja, ohne dass ich mit einer Schuldaussprechung mit dem Finger auf bestimmte Personengruppen zeigen möchte, wünsche ich mir natürlich, dass Politiker dieses Buch lesen. Denn meines Erachtens ist die Schulpolitik, wie sie doch zumindest in Berlin geführt wird, komplett an der Realität vieler Schulen vorbei. Es gibt vereinzelte Schulen in Berlin, die sehr gut funktionieren. Das sind übrigens häufig Privatschulen. Das heißt, wir müssen einfach unseren Politikern klar sagen, Leute, ihr habt hier einen schlechten Job gemacht. Ihr seid nicht dumm, ihr seid nicht böse, aber ihr bewegt euch in einem dummen System. Und wenn wir wollen, dass dieses Schulsystem verbessert wird, wenn wir wollen, dass Schule diese Gesellschaft, diese Teile der Gesellschaft auf das spätere Leben wirklich vorbereitet, dann müssen wir umdenken. Und das sehr, sehr schnell. Denn ich sehe in diesem nicht funktionierenden Schulsystem eine ernsthafte Bedrohung. Nun ist es ja immer leicht zu sagen, Politik, Verwaltung muss sich ändern, muss andere Rahmenbedingungen schaffen, mehr Geld in die Hand nehmen. Was glauben Sie denn, Sie hatten ja nun mit Lehrern auch viel zu tun. Warum tun sich nicht Lehrer auch mal zusammen und sagen, eigentlich ist es uns egal, ob wir verbeamtet werden oder nicht. Wir wollen die Unterstützung haben, die wir brauchen, um die Kinder vernünftig auszubilden zu können, um so ein vernünftiges Fundament zu schaffen. Warum passiert das eigentlich nicht? Es ist ja nicht so, dass es gar nicht passiert. Es gibt immer mal wieder Brandbriefe, es gibt Zusammenschlüsse von Lehrern. Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch Fälle, in denen Lehrer Strafen zahlen müssen dafür, dass sie demonstrieren gegangen sind. Es gibt Lehrer, die sich nicht trauen, über die Zustände an Schulen zu sprechen, weil sie Repressalien zu fürchten haben. Wenn jemand auch nur im Entferntesten die Angst haben muss, dass seine Pensionsansprüche flöten gehen, dann kann ich sehr, sehr gut verstehen, dass er sich nicht traut, darüber zu sprechen. Und auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, hier sind natürlich auch Lehrer gefragt, die auf die Barrikaden gehen, die ganz klar Position beziehen und sagen, wir müssen an diesem System etwas ändern, denn das wird uns alles noch auf die Füße fallen. Sie selber haben in Ihrem Buch ja beschrieben, wie engagiert Sie versucht haben, den Kindern etwas beizubringen, ein bisschen was dazu zu tun, damit sie etwas lernen, mehr lernen. Was werden Sie persönlich tun, weiterhin tun, um daran mitzuwirken? Ich möchte jetzt versuchen, den Impuls dieses Buches ein Stück weit mitzunehmen. Ich bin für die Giordano Bruno Stiftung tätig, da sitzen eine Menge Wissenschaftler und Philosophen, unter anderem Professor Rolf Oerter. Ein sehr bedeutender Mann in der Entwicklungspsychologie und möchte Menschen mit ins Boot holen, die sich gemeinsam für eine bessere Bildung engagieren wollen. Ich habe jetzt das mal unter dem Arbeitstitel Bildung geht vorlaufen lassen und möchte in 2013 eben eine Initiative zu diesem Titel starten und möchte den Impuls des Buches mitnehmen, um tatsächliche Änderungen vorzuschlagen. Also wird das Buch Ich gehe Schulhof nicht das letzte sein, was wir von Ihnen hören werden. Vielen Dank, Philipp Müller.